Immer wenn der Max on stage ist. Ich medall, 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 medall. Also Leute, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die passieren können, ja? Möglichkeit Nummer eins ist, dass alles funktioniert. Möglichkeit zwei ist, dass die scheiß Map-Wort wiederkommt und automatisch die Map-Change fixen muss. Okay, gut, damit ihr Bescheid wisst. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Es waren einmal sechs Freunde, die versucht haben, die Betrüger zu fanden, f-f-fisten. Hallo Leute, willkommen zu Rekord-Change-Themen mit Lichtschwertern und einer missklippten Ansage. Hallo. 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 Hi. Ich hab was kaputt gemacht. Ich hab Schüsse gehört. Ich bin auch, Reno. Ist jemand drauf? Ich muss erst mal, bevor wir anfangen, hat er vorhin schon ganz gut gesagt, aber wir müssen erst mal sagen, danke Taka für diesen Aufwand, den du hier betrieben hast. Ja. Das ist doch kein Aufwand. Ich liebe dich. Ey, redesigned das Interface hier. Ey, wie kriegt man die Waffen hier raus? Wisst ihr das? Geht das irgendwie? Aua. Selfie schießt auf mich Selfie. Ich bin Detective-Mann. Ach so. Oh, es leckt hier des Todes. Oh, es leckt. Corona ist Tod. Corona ist Tod. Es leckt. Es leckt daran, dass Saros gerade hier runterfährt. Hä? Wo runterfährt? Es leckt des Todes. Ja, er fährt bitte nicht mit dem Lagerstuhl runter. Okay. Was passiert hier? Was passiert hier? Ich hoffe, dass wir das beim nächsten Malen sind. Es leckt. Selfie, Selfie, Selfie. Ich kann nicht weiter. Jetzt, jetzt. Hä? Fährt das Ding immer noch runter? Ja, das fährt immer noch runter. Was ist das? Oh, ich glaube, es hat aufgehört. Hups. Ja, es hat aufgehört. Es leckt nicht mehr. Alter. Ah ja, es hat aufgehört. Kann man die Waffen nehmen, die diesem Ding sind? Aber ich will jetzt wieder hochkommen. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Ja, gar nicht Selfie, gar nicht Selfie. Gar nicht kommst du wieder hoch. Ey, Tauwun, ist so in der Fahrstuhl eingequetscht. Ja, ey. Jemand ist tot da unten, ne? Bist du mit der Trader? Nein, ich bin mit der Trader, Selfie. Komm mal runter, lass mal uns battle. Oh, hallo. Darf ich wieder hochfahren, bitte? Bitte gehen wir wieder hochfahren. Hallo, Fab. Wo bist du, Fab? Ich fahr jetzt wieder hoch. Oh, da ist er. Benutzt bitte nicht die Hellstation. Die hat da Corona hingelegt. Scheiße. Wie das lebt hier? Man, dann fährst du hoch, das ist nicht, Alter. Ich bin einfach gerade in einem Kampf und du fährst wieder hoch, so kleine Scheißkind, oder was? Was soll die Scheiße? Jetzt bin ich wieder hoch, Alter. Mann, ich häng hier fest. Ihr habt doch, glaube ich, genau die gleichen Chancen. Ja, genau die gleichen Lagchancen, Alter. Ja. Alter. Ja, ich raste aus. Oh. Nein, Alter. Oh, ich hab mal die ganze Zeit. Scheiße. Nein. Es leckt einfach. Oh, Leute. Selfie und Fab gehen um die Ecke und du hörst auf beiden Seiten nur klick, 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 klick. Aber ganz wichtig, nicht mit diesem Scheiß-Farstuhl fahren. Okay, gut. Ja. Aber da tut mir ein bisschen leid, dass ich dich sofort nach der Anmoderation erschossen habe. Ja, aber es war okay, ich verzeih's dir. Was ist, wenn man unten spawnt? Es haben jetzt auf jeden Fall, die Leute bei mir haben jetzt auf jeden Fall schon das neue Feature gesehen, das wir jetzt, das Attacker uns das letzte Mal schon gesagt, dass man in die Leute reingehen kann. Und jetzt können wir bei den Toten, dass die Leute, äh, fast passen, die Leute nicht sein. Ich wollte schon immer mal mit dem Laserschwert so eine Blume zerfetzen. Ah. Du kannst doch nicht zerfetzen, wenn du willst. Okay, warte, wo bist du? Da oben in die Map hab ich mal als Pop. Hallo, Corona. Das ist richtig. Hör auf, hör auf. Gut, Taurus. Taurus, hör auf, hör auf. Ich bin Detective. Taurus. Hör auf. Hey, Taurus. Hör auf. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich brauch eine Heelstation, bitte. Ja, du kannst mal bitte die Shotgun wegmachen, Max. 78 Schaden gemacht. Ja, du kannst nur aber deine Waffe weg, das ist doch nur fair, dann. Pistol kannst du nicht machen, aber Shotgun won't. Die Cam kriege ich eine Heelstation. Oh, du bist fast tot, Alter. Ja, du hast angefangen, Rien zu schlagen, das musst du an ihm schon lassen, das ist schon ganz gut. Selfie, du bist gar nicht so weit runter. Ich will die Heelstation. Ja, ey, das ist scheiß WhatsApp-Web ohne Witz. Ich will die Heelstation. Pack mal schön deine Waffe weg. Ja, warte, pass auf. Pack mal deine Waffe weg. Pack mal deine Waffe weg, Serpy. Ich krieg jetzt eine Heelstation. Er geht hier oben nicht weiter, ist das nur dieses eine Geschoss? Vielleicht auch eine Heelstation. Ja, aber nicht am besten nach unten gehen, ne? Oh Gott, oh Gott, was war das? Was war das? So, was explodiert. Irgendeine Granate. War das ein Diskompulator, oder was? Ich glaub schon, Alter. Ja, das war eine Granate. Fab, ich würde gerne eine Heelstation machen. Wo kommt der Feuerlösch auf einmal her? Kann man die Monatio nehmen? Oh ja, danke. Taka, hast du die Pistole? Hier, schieß mal auf das. Auf. Ne, warte. Aber, ne, warte, ich muss es hinlegen, nicht, dass ich sterbe. Warte, da. Ey, geh weg da. Mir passiert nichts, hab ich schon drauf geschossen. Achtung, Diskompulator. Geh weg da. Diskompulator. Ist doch nur ein Diskompulator, Digger. Alles normal. Bam. Oh, Alter. Wieso können das nicht immer zwei auf einmal machen? Das ist bescheuert. Was macht ihr denn da? Kannst du? Wie so ein Cracken. Wieso kann ich das so? Oh, Alter. Vielleicht, weil du Traitor bist? Ja, jetzt geht's. Ja, 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 natürlich. Natürlich. Natürlich, Selfie. Full health. Full health. Full health. Äh. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Warum schießt du auf mich? Corona ist, Corona ist, Corona ist. Was soll das? Corona ist, Corona ist. Ich bin Detektor, er verhofft mich auf mich zu schießen. Genau, warum schießt du auf mich? Was soll das? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Der ist hier hinten. Der ist hier hinten. Au, au, au. Max ist Traitor, Max ist Traitor. Oh, nice. Max erledigt. Nice. Höh. Scheiße. Oh, du kleiner Wichser. Oh. Du kleiner Wichser. Oh, nice. Warum hast du auf mich geschossen, Fab? Ich hab nichts gemacht, Alter. Ich hab gesehen, dass du ein Dings hattest. Oh, das ist nirgends, nirgends, dass ich was hatte. Äh, diesen komischen Melonen-Launcher. Okay, scheiße. Ich hab aus Versehen draufgeklickt, Alter. Leute, das war kein Melonen-Launcher, das war so ein Discom-Bombulator-Launcher, der hat aber nix gemacht irgendwie, das war weird. Doch, doch, der schießt Discom-Bombulator. Doch, der schießt so Discom-Bulator. Ja, eine, toll. Ja, das ist halt gut für zum Beispiel hier Teen Room. Mega gut. Alter. Ja, okay, das stimmt. Ich hab von Anfang an gewusst, dass du wieder Traitor bist. Na und? Hat der auch nichts geholfen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt leider nicht mitgekriegt. Ich hab noch kurz auf Max geschossen, ein, zwei Schüsse, aber das hat keiner gesehen. Ja, toll. Ich hab mir schon zu beweisen, dass er kein Traitor ist. Aber kam leider nicht. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ey, ich bin hier gefangen, ich komm nicht mehr raus aus dem Zimmer hier. Werdet es nicht glauben? Der Detective ist gefangen. Der Detective ist gefangen, mach die Tür auf. Welchen Zimmer? Wo ist der denn gefangen? Der kommt nicht raus. Ich versuche sie einmal raus zu stellen. Die Tür ist kaputt. Ah, jetzt. Nein. Die Tür ist kaputt, selbstverständlich. Ich hab's. Ah, du öffnest die Tür unter dir, Max. Okay. Da hilft dir, irgendwas stimmt mit der Tür hier nicht. Ja, irgendwas stimmt. Ich bin unten. Was, wo denn? Hä, nein, ich guck mal, Fab. Ja, aber wie geht ihr die ganze Zeit auf und zu? Boah, ich brauch Muni. Bei mir auch. Sind das alle Türen im Haus? Hä, welche Türen denn? Ah, ey, nein. Ich weiß nicht. Ey, was ist lauter? Hä, hier ist, hier die Tür spackt hier auch rum. Takashi, schieß mal. Also Corona. Okay. Liegel. Warum? Wie kommt man denn an die Munition hier ran? Hä, ich hab meinen neuen Let's Player Platz, Alter. Ich will mich doch nur überwassen. Warum soll ich nicht schießen, Taros? Ey, ey, Taros, Taros, Taros. Tarnte, die Waffen, die Betrayed. Komm mal mit, Taros. War nicht mit dir rum. Ich hab beim Let's Play'n aus, dass ich mal ein Monitor vom Tisch gehauen. Kannst du den reparieren? Wo bist du? Hier. Hi. Wo bist du? Hier ist eine Leiche. Wer ist das? Ich hab Taros gesagt. Hier. Hä? Taros ist tot. Kannst du den wieder heil machen? Ja. Sekunde. Was lassen wir so? Wie kommt man denn an die Waffen? Wenn die hier drin sind. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Fertig. Das sieht gut aus. Vielen Dank. Bitte, bitte. Warum lasst du so scheiße, Alter? Hör auf jetzt. Hör auf. Ich hänge an den Stühlen fest. Hör auf. Hä? Ich hab Taros gesagt, jetzt hab ich das gelbe Ding drückt. Das gelbe Ding. Alter, was macht das? Drück mal drauf. Drück drauf. Das stürzt du. Drück drauf. Das stürzt du. Nein. Drück drauf. Warum soll ich da drauf drücken? Weil ich detektisch bin. Drück drauf. Ja, und drück das selber drauf, Mann. Das wäre es. Nein, weil ich detektisch bin. Dass der detektisch immer drauf drückt. Alter, was war das? Ich hab drauf gedrückt. Ich dachte, ich kann schnell weg. Und ich hab mir die Leiche angeguckt. Was war das denn? Ich kannte das Ding gar nicht. Bin sofort wieder da? Ja, ich auch nicht. Mann, das war ein Leiche. Warum sagst du das denn? Ich hab einfach so gedacht, mir so, yo, vielleicht ist er ein Traitor. Wow. Sehr gut. Ja, nein. Ich hab gedacht, die kennt die Maps, weil er schon wusste, dass man dann so runterfallen kann. Und ich dachte, dass das funktioniert. Max, wo bist du? Max steht hier. Max ist gerade weg. Max ist gerade um Rosa vergessen. Das sah aber ganz cool aus. Das war Selfie, ich hab mich sehr gewohnt. So. Das war natürlich hervorragend. Ich hab versucht, von der Seite raufzudrücken und dachte, dann kann ich schnell weglaufen. Dann hat nicht geklappt. Perfekt, ja. Detective, hey. Leute. Wow. Leute, ich verkaufe Zeitung. Wer ist denn jetzt von dem Ding hier? Wie bist du da reingekommen? Aua. Aua. Was? Ich verkaufe Zeitung. Hey, was passiert da drin? Was passiert da drin? Was macht ihr da? Ich weiß nicht, was hier drin passiert. Ich hab gerade schon raus. Guck mal hier. Aua. Corona. Es ist Corona. Was? Wieso ich denn? Ich mach doch gar nicht. Nee, nee, nee. Guck dir mal die Bildschirte. Warte, ich war Detektiv. Ja, ich seh das. Die sind alle angebissen. Oh, Alter. Oh, Alter. Hast du das gesehen? Hier ist aber eine Waffenkammer. Ey, der ist richtig hoch. Guck mal, sobald ich den in die Hand nehme, was war das denn eben? Ja, der ist aufgeladen. Ich bin mit Tucker und Fab. Corona hat dich angeschossen. Ich hab dich nie angeschossen. Taroos, das war eine Pumpgun. Ich hab nur eine Pistole. Ich such gerade noch eine Waffe. Selfie hat eine Pumpgun. Selfie hat eine Pumpgun. Ja, und? Ja, ich hab auch eine Pumpgun. Ich hab auch eine Pumpgun. Ich glaub, es war Corona. Ich hab's halt im Oval. Wie gesagt, Taroos, ich hab immer noch keine Pumpgun. Ich hab nur eine Pistole. Ich hab keine andere Waffe. Ich hab auch keine andere Waffe. Warum nicht? Was für das Selfie? Ja, klar. Jetzt hab ich eine Rifle. Darf ich auch was nehmen von dem? Ich hab auch eine Pumpgun. Also, so ist es nicht. Vielleicht war es auf Fab dann. Nein, ich war es nicht. Ich bin inno. Wer hat mir denn gerade... Ich war nicht mehr bei dir. Wer hat mir denn die Zeitung dazu gegeben? Das war ich, und dann bin ich nach hinten weggegangen. Ja, und von da aus kamen dann drei Schüsse. So, hier geht keiner mehr durch. Corona. Hä, die kamen doch aus dem Raum rechts nach, wo du rein bist, oder nicht? Nein, die kamen hinter mir. Corona ist Freischuss, also ihr dürft schießen, wie ihr denn seht. Warum denn, Alter? Ich hab nicht auf dich geschossen. Ich war nicht mal in deiner Nähe. Weil du hinter mir warst, weil du hinter mir warst. Ja, richtig. Und dann bin ich mit der Zeitung sogar noch Richtung Treppenhaus gelaufen. Wie geht denn das auf hier? Ich glaub Corona nicht. Ey, wie kann man diesen Waffenschrank aufmachen? Welchen Waffenschrank? Komm mit, ja. Ich glaub Corona nicht. Kann man das? Und das ist halt. Aber ich hab nicht auf dich geschossen. Hier ist Max alleine im Raum. Ey, die lädt sich ja wieder auf die Station. Alter, ich brauch... Ey, hier liegt nirgendwo ne Waffe rum. Ist das euer Ernst, oder was? Ja, hier liegt tatsächlich nirgendwo ne Waffe. Das bin ich auch sehr merkwürdig. Ich hab ne fucking Pistole. Und ne Rifle. Wie kommen wir wieder nach unten? Wie kommen wir wieder nach unten? Alter, du hast auch ein Light Saver. Wo bist denn du, Corona? Ja, ich lauf hier rum, Alter. Ich suche immer nur ne Wache. Hier liegen Melonen. Waffe. Ne Wache, Alter. Aber Wache, Melonen liegen hier immer. Melonen liegen hier immer. Ey, hier sind überall einfach Waffen in den Räumen. Oh, denn. Hier liegt überall Munition. Hier liegen nirgendwo ne Waffen. Hör auf, Herb. Ich hab außerdem geschossen, weil ich gerade rausgetappt bin und Tackerlaser gemacht wurde. Wo bist du? Hier, da ist Corona. Ja, ich hab nur ne Pistole, Mann. Nichts anderes. Ähm, ich hab leider keine Golden Giga mehr. Ja, wieso gibt's die nicht? Ist die raus, oder was? Warum schießt du auf mich? Gibt's hier keine Waffen? Ja, nice. Okay. Ja, ey, ich hab auf dich geschossen, weil du vom Detekt Freischuss gemacht wurdest. Corona benimmt sich immer merkwürdig, wenn der Traitor ist, ne? Jetzt sind wir gleich so diva-haft. Hä, aber er hatte ne Waffe, der kleine Lügner, Alter. Ey, wie kommt, ich hab keine Waffe. Dann gib mir mal Coronas Waffe. Ich hab nur ne Pistole, ey. Das ist unfair. Er hatte nen Sniper, aber er hatte keine Shotgun. Er hatte Detective Schnellleiche. Dann vielleicht Selfie noch. Ne, mach ich jetzt, mach ich jetzt. Warum kannst du mir noch ne Waffe geben? Ja, ich hab bisher noch gar nichts gemacht. Ja, du musst befolgen, du musst befolgen. Ja, ich bin hier hinter dir. Ja, Selfie, zeig mir, schmeiß mal deine Shotgun hin. Ach, hier sind wir. Okay, jetzt check ich's. Okay, warte, warte. Ich muss kurz das überprüfen. Ich hab ne leere Shotgun. Oh, verdammt, da ist was drin. Deine Shotgun ist nicht, er hat mit der Shotgun drei Schüsse gemacht. Ja, ich hab ne Milone erschossen. Er hat drei Schüsse gemacht. Ich war nicht, nein, 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 ich war nicht dabei. Das stimmt, nein. Ich war nicht dabei, nein. Du warst im gleichen Raum. Ja, nein. Siehst du? Mach ich nicht, das stimmt nicht. Tarus, und wie gesagt, das war jetzt Glück. Ich hab, das war Selfie, der auf dich geschossen hat. Ich war gar nicht mehr in deiner Nähe. Ich war schon längst weg. Und du warst doch dabei, Max. Ich war nicht dabei. Ja, dann war ich aber grad rausgetappt. Dann war ich grad nicht konzentrated. Ich war so ein richtiger Detective, Alter, wo ich dann das Magazin überprüft hab. Total easy, Leute, total easy. Ich hab einfach einen Schuss auf tausgekommen und auf eine Melone. Das hätte genauso gut gemacht. Ey, ey, hier ballert schon jemand. Warum? Weil das Preparing ist fair. Nur weil alle Schüsse im Magazin sind, Käthe. Mach fair, ich hab schon. Das ist aber kein Grundeins zu erschießen, nur weil ich mal alle Schüsse im Magazin sind. Nee, aber das hat ja... Ich hab dich ja nicht erschossen. Setz dich was. Ich werde dir hin. Ja, dann ist das Random Killing. Nein. Aber man hat genau drei Schüsse gefehlt. Und ich wurde mit drei Schüssen... Du wurdest mit zwei Schüssen angeschossen. Einer ging auf eine Melone. Aber ich wurde angeschossen mit Pumpgun... Pumpgun... Mit Pumpgun-Schüssen. Ja, aber du dachtest doch, das war Corona. Alles in Ordnung, Mann. Du hast gedacht, das war Corona. Oh Gott. Ich hab dich noch nie angelogen. Wollte da, dass du was hochgegangen hast? Ich wollte grad sagen, nicht zur Tür hingehen, aber okay. Oh Gott. Irgendwer explodiert. Ich hab eine Miene geplägt. Ich habe nicht geschossen. Ich habe nicht geschossen. Ich habe nicht geschossen. Nochmal. Ich habe nicht geschossen. Schieß ihn. Warte, was ist er? Er ist innocent. Er hat auf mich geschossen. Ich hab keine Waffe. Ich hab nichts. Und er hat auf jeden Fall auf mich geschossen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Max, du bist Detektiv, oder was? Max, du bist dabei, oder? Ja, ich hab's nicht gehört, aber keine Ahnung. Warte mal. Er hat das... Hat er nicht mit... Ja, es war Takaischi. Ja, okay. Max war Detektiv. Max war Detective. Ich war innocent. Selfie killt Fab. Und Traitor killt nicht einfach sein Traitor-Kollegen. Dann bleibst du nur noch übrig. Fab war innocent. Ja, Fab war innocent. Das heißt, es bleiben noch Takaischi und Taros. Taros war anscheinend schon weg. Ich hätte jetzt weiter Taros dann erschossen. Aber dann müssen... Hä, aber... Nee, total random, Alter. Ich hab doch ein Eno-Set. Ich hab einfach nichts gemacht. Ach so. Oh, dann war das ein Denkfehler von mir. Aber es hat geklappt. Ich bin auch einfach nur gestorben. Ey, Freunde. Fab hatte mich trotzdem angeschossen. Was wurden wir? Okay, dann nix. Warum hast du mich angeschossen, Fab, Alter? Okay, okay, okay. Ich habe nicht auf dich geschossen. Ich habe keinen Schuss abgefeuert. Und auch wenn Fab nicht der Meinung ist, dass er geschossen hat. Wer weiß. Schaut euch die Aufnahme an. Ich wünsche euch noch allen einen traumhaften Tag. Schaut bei den Jungs vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss. Blödköp zu schauen. Du alter Blödkopf.